Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dustin in Lithian Tail, ich bin Crayna und das ist Fidget. Es ist jetzt nicht so, dass es... Ja, ja. Du bist verrückt, ich liebe es. Du bist verrückt, ich liebe es. Also ganz ehrlich, da ist die deutsche Übersetzung aber leicht fail, das hätten sie aber wirklich übersetzen können. Verrückt, ich liebe es. Ja. Oh ja. Ja, Aura, es wirklich ist. Es ist. Sehr gut, wir machen das Ding. Ja. Oh Gott. Avalanche. Es hat sicher gemacht. Das war natürlich nicht genug. Wir brauchen noch mehr Pillars. Fidget, ich denke... Das ist verrückt. Ich bin perfekt... perfekt... Ach... Egal, ich mag die Ideen. So, das haben wir denn... Okay. Duster, bemerkbar. Bemerkbar. Überrasch. Ja, ja, Eistapfen. Wunderbar. Autsch. Flugzeug so sein. Die. Die sich nicht mal, also irgendwie dezimieren, sondern einfach, naja, ich kann jetzt doppelspringen. Das ist... Grad so eine tolle Erkenntnis. Woah. Ich schaff das. Autsch 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 Gott Oh, dann Ganz schlecht sind sowas Oh Okay, jetzt müssen wir erstmal warten, bis sich das wieder regeneriert Yes Awesome Da ist was Hätte ich wusste, hier ist ein Geheimnis Okay, das bringt mich nur wieder zurück Dann wird hier links was sein Okay, ich habe ein Pügel-Face gefunden Ja, hat sich ja mal gelohnt Oh, ganz vergessen Gut, dass die nicht direkt unter Eiszapfen Kampieren Yes Jetzt nehme ich auch mit Und du bist sowieso tot Und jetzt gehe ich Tschüss Gegen damit noch leben Na, komm schon Das ist sowieso Nicht Nicht genug Wir müssen mehr finden Wir müssen wirklich Du musst wirklich Einem Platz warm Ja Weil ich ja vorher Oh Boah, es hat mich jetzt erschrocken Die Plattform Weil sie ja vorher schon so klar im Kopf war Da wird der Schnee auch nicht mehr Das Eis hier auch nicht mehr Viel Probleme machen Ich bin aber gerade nicht ganz sicher Ich wusste hier ist irgendwas Nein Gott sei Dank Ich habe gerade noch erwischt Äh, vermieden Ja Ach, komm schon Ich schaff das Jawohl Hey Was ist mit dem los Der Typ ist irre Sehr viele Freunde Die sehr gerne mal Die Militärsündung mögen Anscheinend Ich sollte das echt Ich hätte das eigentlich schon Lenks offline stellen sollen Oh Okay Ich schaff das Boah Arschloch Das war knapp Oh Okay Die haben mich jetzt echt überrascht Aber egal Das ist ja nicht so Dass ich nicht Das ist ja Ewig her ist So Diesmal schaffe ich Hallo Flieh nicht von mir Okay Alter Der ist brutal Ich meine Die anderen Waren wenigstens Irgendwie Die waren kurz gestunnt Nicht wohl Das ist ja Oh Verdammt Nope Nope Ach komm Ich bin gar richtig schlecht Also erstens Das Fliege ist op Ich weiß echt nie Wie ich die töten soll Auf normalen Wege Ich meine Wenn der wenigstens Stunt wäre Nein Aber Schaut wie wir die Schaden Nicht Nein Diesmal Nicht Yes Bäm Einfach hier Stilvoll Stehen Okay Eigentlich wollte ich Jemanden mit meinem Nach unten Schlag treffen Aber irgendwie Wollte jemanden Getroffen werden Wow Wie brutal Das hier ausschaut Ich meine Ich würde mich hier Ganz leicht konzentrieren Aber Ich glaube Die manche Kämpfe Die werde ich mir Mal ein bisschen Mal anschauen Wie die aussehen Weil das sieht Sich ja voll lustig aus Weil man sich halt Nicht mal Auf die eigene Figur Anzeige Konzentrieren Muss Oh Gott Wir sind schon wieder Auf über 100 Nicht mal Ich bin noch mit der Kombo fertig Ich denke nicht mehr Oh Die fühlt mir Einfach ganz normal Wo Was hat mich denn erwischt Schon wieder hier Ja wir sind schon wieder hier Gibt es hier nicht Hier war nochmal die Karte Nein 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 Waddam doch mal Wie war die Karte Ah So viele Tasten Nope Nope Ich weiß nicht was du bist Aber du bist Das ist mein Freund Was hat die Fähigkeit Gewechselt Ich kann nochmal schnell die Tour hier aufmachen Oh Gott Das wird in dem Park nichts Scheiß Scheiß Eisi Dies hier Achja Fahrstühle Ge 알�et Ja Ja Veid Je Ja Oh 네가 Ja 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 Oh Gott, ich bin so gut. Nee, stirb Wolf. Warum schaust du in die Richtung? Links ist dein Feind. Das, konzentrier dich. Oh, komm, der Schade. Ich kann's mir nicht denken. Oh, so viel hier sind brutal. Tschüss. Ihr löschen. Jo, was geht? Jo, das bist du. Haben wir Zeug, was wir dir da, ja, da, schau, kriegst du Wolfsfell. Oh ja, das tust du. Na, ein bisschen waren wir noch. Okay, drei von denen. Okay. Ja, sollen sie bitte verstummen. Jetzt ist halt nicht das, was mich grad so stark trifft. Ich mag's grad, wie sie alle einfach super auf einem Ort sitzen. Oh yeah, ist halt super. Okay, der einen Schrei hat das Ding zerstört. Okay, langsam wird's hier echt irre. Stopp, Fidget. Just stopp. Oh, ich denke, ich bin... Ja, das ist. Ja, das ist. Wir haben das auf uns selbst herausgestellt. Komm, Duft. Ja. Ja. Ja, genau das hab ich gerne. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, verdammt, verdammter Schlüssel. Ähm, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Haut rein, Leute. Ich sauclos. Ich kann hier in editions Funny Away sind die grains. So habe ich gedacht, Luna. Ich würde hauern mit meinem Unbegehren. Um so, ich Illusion Seugehren, ist natürlich wirklich hic 하 characteristics.